Ich bin Vanessa Betschart, ich arbeite beim Spitalverbund APC Lusserode und leite das Departement Dienste. Die Vertiefung Services und Events fasziniert mich, weil sie thematisch sehr breit aufgestellt ist und in verschiedenen Geschäftsfeldern Einsatz findet. So bieten sie mir die Möglichkeit vom Planen und Organisieren von Events bis hin zum Optimieren und Verbesseren von Prozessen sehr viele Herausforderungen. Meine Studiumszeit habe ich in sehr guter Erinnerung. Neben der praxisorientierten Ausbildung konnte ich von sehr erfahrenen und kompetenten Dozierenden profitieren. Mein persönliches Highlight war definitiv das Praxissemester. Ich hatte die Möglichkeit, mein sechsmonatiges Praktikum in München in der Allianz Arena zu absolvieren. Der Einstieg ins Präufsleben ist mir sehr leicht gefallen. Bereits vor dem Abschluss habe ich eine sehr gute Stelle gefunden. Heute leite ich das Departement Dienste beim Spitalverbund APC Lusserode. Wir betreiben zwei Spitäler und eine psychiatrische Klinik und beschäftigen rund 1'000 Mitarbeitende. Ich bin verantwortlich für die verschiedenen Services aus dem Bereich Gastronomie, Hotellerie, Infrastruktur, Logistik und Technik. Mit 70 Mitarbeitenden stellen wir die Services an allen drei Standorten an 365 Tägen im Jahr sicher. Aktuell beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Projekt für den Pflegungsprozess. Unter anderem beinhaltet das den Transport und die Produktion. Einen typischen Arbeitstag verbringe ich mehrheitlich im Büro oder an Meetings. Das kann eine kurze Besprechung mit einem Teamleiter oder auch mit einem internen oder externen Kunden sein. Mein Job ist sehr vielseitig, abwechslungsreich und auserfordernd. Besonders gefällt mir, dass ich Entscheidungen treffen und verschiedene Teams führen kann. Im Schweizer Gesundheitswesen bewegt sich zurzeit sehr viel. Ich bin davon überzeugt, dass das FM mit seinen Supportleistungen einen wesentlichen Beitrag zu besseren Prozessen, innovativen Lösungen und Nachhaltigkeit leistet. Für die Tiefing Services und Events richten sich auch Personen, die den Blick fürs grosse Ganze haben, gern planen und gestalten und kundenorientiert denken.